Lambert I. mit dem Bate, der Bärtige aus dem Haus der Regenare, war Graf von Löwen seit 994. Er war ein jüngerer Sohn des Grafen Regenar III. von Hennegau, Leben. Lambert heiratete um 985 bis 990 die Carolin Gerin Gerberga, die älteste Tochter des Herzog Karl von Niederlothringen, der seit 987 westfränkischer Thronprätendent war und 991 von Hugo Capet gefangen gesetzt und bis zu seinem Tod in Orleans eingekehrt wurde. Aus dieser Ehe leiteten die Grafen von Löwen ihren Anspruch auf das Herzogtum Niederlothringen ab den Lamberts Nachkommen ab 1106 mit Gottfriedi von Löwen auch realisieren konnten. Nachkommen Lambert und Gerberga hatten mindestens vier Kinder, Heinrich I. Erste, der Alte, Graf von Löwen und Brüssel 1015 bis vor 1038. Lambert II. Graf von Löwen und Brüssel um 1041, Lemniskate oder von Fadon, Tochter des Herzogs Gotzelui. Mathilde, Lemniskate, Eustachie, Graf von Bologna. Regina Lemniskate, wahrscheinlich eine Tochter des Grafen Balduin e.V. von Flandern.